so freunde ich grüße euch es wird mal wieder finster und ich hab da nur ins haus gefunden abseits von dem von der stadt so und da will mir jetzt erst mal niederloh wir legen jetzt mal unsere ganzen sachen wo wir jetzt mal die brachen da einer tigern dann noch mal los in der stadt gibt es keine schnulltaste jetzt muss mir doch eine schnulltaste geben für das zeige oder noch sich nicht immer alles einzeln ich will sehen links liegt und halten und ziehen ach da kann ich ja eins nehmen wenn ich draufklicke geht da nix ist mir gerade echt ein rätsel freunde ich brauche das irgendwie mehrere sachen auf einmal da ich mit zehn kinder so das passt einmal unser bett ist staul ist perfekt da checkt man noch mal schnell und zwei heißer durch bevor es finster wird und da ist schon wieder so ein kratzler umgeben wir jetzt einmal ganz schnick ist das da oben kohle nein das ist einfach nur müll vielleicht können wir noch ein bisschen was looten aber baupläne bessere äxte irgendwas bevor es gut finster wird da ist genau die stadt soll jetzt einmal anfangen mit der punkte muss ein bissel ein oder zwei wollen oder vielleicht nicht die erste mal schauen vielleicht finden wir da noch was besseres es gibt ja so viele möglichkeiten in dem spiel da das haus checkt man mal so Ich bin ja auch da, ich will da auch mal schnell auf Nummer sicher gehen. Na, wo ist denn? Ja, wir haben immer noch kein Focke. Ah, wieso bin ich da am Sturm, ey, so oft vor allem? Hm, mehr Müll. Halt, jetzt kriegen wir das nicht mehr mit. So will Dosen wegnehmen? Na ja, ich kann immer da wegschmeißen. Oh, die schaut gut aus als Raubenschlüssel. Nett. Nett, nett. Was zum Saufen? Elektrikteile, nehmen wir auch mal mit. Ere Dosen. Ich suchte sie schon fast so aus, ob die schon mal gleich drin sind. Oh. Schnell muss Saufen. Siebzehundern, dreiundfünfzig. Nee. Das nehmen wir mal mit. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Die Garage, eh. Was tun wir denn durchschauen? In seinem Rucksack. Schlappen. Einfach frei. Looting. Schlappen. Ich schlafe jetzt noch um. Was gibt's denn Leben schon so? Nix. Oh, Freunde, wir brauchen wirklich dafür. Wir sind da nichts. Gar nichts. Du, 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 du. Das hat das echt gebracht. Wir gingen auch an der Tür vorbei. Eine Fertigkeit Bauwerkzeuge ist jetzt auf Level 3. Auch cool. Was mit Baumwister? Was finde ich unten? Da ist ein Dressum. Guck. Guck. Ob wir denn das so schon aufbrechen können, irgendwie? Mit der Hockey brauchen wir schon nicht drei Jahre. Ist eh glaub ich der Korkut. Oh Gott, da braucht er drei Uhr. Vielleicht mit dem Schraubschlüssel? Nein, nicht wirklich. Oh Gott, das dauert ewig. Puh. Das dauert ewig. Wirklich ewig. So, nachdem ich die ganze Nacht lang auf den Tresor draufgehauen hab, und den Schraubschlüssel auch noch geopfert hab, dass es ein bisschen schneller geht, haben wir es endlich geschafft. So, wenn ich das nicht auf welche Schuld ist, ist es eigentlich, naja. Der Ausbruch ist eigentlich mau. Richtig mau. Und wir brauchen unbedingt jetzt mal ein Fockel, wie es gibt es da nicht, ey. Und wir brauchen wieder Steine. Definitiv Steine. Okay. Ganz wichtig. Wo ist der? Oh, das geht. Cool. Ein Knüppel. Checken wir mal die Lage. Oh, Vitamine nehmen wir natürlich Miet. Wo ist der Busch? Mit Essen nach. Woh. Wie ist der Busch? Spungstaus mit der Greine von hinten zwickt. Oh, geile Hombruchspabla. es regnet ich brachte ein paar steine ich habe alles verbracht ich bin der Kollege nicht aufheben verstehe ich nicht mysteriös ist mein Inventar voll verdammt schmeiß man weg Moment das war besser ja ich habe die Zeit einmal auf 2h pro Tag gestellt sonst geht das ein bisschen zu schnell und wir verrecken am 7. Tag wahrscheinlich jämmerlich so dann machen wir wieder ein bisschen was besitzen wir mal was snacken wir was soo check mal das Haus da nur schnell in die Garage kommt mal ein bisschen schneller ein mhm Fremdlich, wir brauchen unbedingt ein Vogel. Oder ein Helm. Mit Licht. Oh Gott. Oh. Sauknob, sauknob. Oha. Das nennt immer Fettenblut. Einbaumfrei. Das gefüllt mir. Das sieht gut. Da haben wir auch schon ein bisschen neinschauen. Perfekt. Oh oh. Oh oh. Das ist ein Boot hier drin. Das ist schlecht. Komm her, ich werde kaputt. So. So muss ich laufen. Oh, das ist leer. Also wenn man nur eine Waffe findet, dann war das natürlich ultra geil. Und vielleicht noch ein paar bissere Baupläne. Okay, wir haben schon eine Anbrust. Anbrust-Bauplan gefunden. Ist das schon geil? Oh, da geht's noch um. Dann. Oh, da geht's noch um. Hoffentlich nicht schon wieder in Tresor. Ich will nicht schon wieder in AV. Oh mein... Ui, die sucht sich nicht guter unter uns. Wirklich nicht. Müll! Ja, das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Hm. Na, sonst ist da nix. Weiteres. Was uns irgendwie weiterbringt. Oha. Das tut mir immer. Boah, der Sack! Boah, der Drecksack! Jetzt haben wir uns den Fußbrochen, wie ich den... ...dreckenden Batschacken muss ich schon was sagen. Ich hätte gesehen. Ich glaub... ...es gibt da aber nirgends, ähm... Ja, ein Ding, ähm... Röntgenhaus in der Nähe. Das ist schlecht. Wirklich schlecht. Für uns. Uh! Oh! 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 Also, die sind los! Ja, also... Das, was wir zelfs rausgelegen. Ja, das war. Oh! 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 holen es lehren wir auch gleich wieder nett 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 natürlich kann ich irgendwer Bandage grau... ja keine Bandage such... ähm... eine Krücke brachme ich bewege mich mal zu unserem Haus mach uns ein Vental leer schau ob ich irgendwie eine Krücke grafen kann und vielleicht irgendwo Kohle für einen Vogel da war echt nicht schlecht da schaut sich überall mau aus da ist dann eh schon wieder drüber bei der Aufnahme huiuiui das frisst ganz schön Zeit, das Spül echt hart ich sehe da nirgends Kohle wenn ich mir mal ein Loch buddeln das haben wir zu einem Faust gebrochen das gibt es doch nicht der dumme Sack das ist doch drüben lang cool das ist doch... auf Steine gibt es doch besonders mehr checken wir mal schnell den Fels noch ich... wo wurde denn der da oben und ich wurde es schaut auch noch ein normalen Stau aus ja... normale Steine na gut Freunde dann verabschiede ich mich mal und ich sag mal bis zum nächsten Mal tschö mit Öl tschö mit Öl